Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf PharmaRamaCrew. Hallo Leute. Ja, seit langem, seit vier Monaten, gibt es mal wieder einen Top 5, nämlich die Haustier-Edition. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Haken wir gleich mal an. Mit Platz 5. Hier haben wir nämlich den Affenkönig verlasst. Den gab es letztens bei einem Event, ich bin mir nicht mehr sicher. Bringt 300 EP. Das ist bei diesem China-Selder gewesen. Weiß noch nicht mehr, wie es genau hieß. Er bringt 300 EP, dauert 10 Stunden und kostet 15 Top-Gulden. Und so schaut der Palast aus. Mein Bruder hat ihn, ja? Er ihn noch nicht gesehen hat. Ja, ich glaube, den hat man noch nicht gesehen, aber es kommt jetzt dann mal wieder, wie geht's meiner Farm, ja? Und dann könnt ihr den mal sehen. Dann, machen wir gleich weiter mit Platz 4. Die Blaue Lagune. Bringt 15.000 EP, dauert 168 Stunden. Ziemlich lange, aber dafür kriegt man ein Party-Ticket. Ich hätte gern dieses Haustier, aber das kostet 299 Tulp-Gulden und das ist einfach zu viel. Ich kann das euch ja mal zeigen. Hier ist das Ei mit dem Wärmer und hier ist dann die Animation. Jetzt fliegt sie weg. Okay, so, jetzt können wir es nochmal sehen. Dann machen wir weiter. So, jetzt kommen wir schon zu Platz 3. Jetzt wird es dann schon langsam spannend. Dort gibt es das Haustier Tweety. Das habe ich eigentlich noch nie gesehen. Bei einem bringt 300 EP und dauert 16 Stunden und so sieht dieses coole Haustier aus. Dann geht es weiter mit Platz 2. Die Spechthülle. Das ist einer der neuesten Haustiere bis jetzt. Bringt 1000 EP, dauert 16 Stunden und Ertrag gibt es leider keinen und kostete 155 Tulp-Gulden. Finde ich übertrieben teuer für das, dass es nur 1000 EP bringt und keinen Ertrag macht. Also nicht Party-Ticket oder so. Auf jeden Fall, hier sehen wir es dann mal. Wird ich auf jeden Fall gerne haben. Jetzt fliegt es weg. Hier, da, jetzt sehen wir es. Gut, dann geht es weiter. So, jetzt kommen wir schon zu Platz 1. Ja, hier hat man die Brieftaubenbasis. Diese bringt 300 EP, dauert 20 Stunden und man bekommt dadurch einen super Dünger. Guter Preis eigentlich. Aber es kostet dafür 300 Tulp-Gulden. Schon ein bisschen überteuert. Und hier schieben wir die Animation. Ja, da fliegt sie. Jetzt haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Einen extra Platz. Ja, das ist sozusagen ein Bonus. Das gibt es wahrscheinlich nur bei den Haustieren oder so. Das ist der Weißkopf-Adler. Den kennt wahrscheinlich keine Sau. Den findet man auch kaum auf Seiten. Das war, glaube ich, das allererste Haustier. Und das gab es nur ganz kurz. Das bringt ein EP. Denkt man sich. Aber dauert 21 Stunden und der Ertrag ist ein Party-Ticket. Aber damals, wo dieses Haustier rausgekommen ist, gab es noch nicht mal ein Party-Ticket. Also wurde das wahrscheinlich überarbeitet. Auf jeden Fall, ich zeige euch das mal. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr dieses Haustier schon mal irgendwo gesehen habt. Das würde uns gerne interessieren. Ich habe jetzt leider kein besseres Bild. Es gab nämlich auch nirgendwo eine Animation. Wie gesagt, das Ding kennt keine Sau. Und deswegen ist es ein Bonus. Sozusagen. Und ich liebe dieses Tier. Aber leider habe ich es nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wie man das herbekommen hat. Naja. Auf jeden Fall, schreibt es in die Kommentare, ob ihr das habt. Oder selber schon mal irgendwo gesehen habt. Dann würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.